Mein Name ist Carsten Glatzjewski. Ich habe 2001 im Porsche Zentrum Lüneburg angefangen und bin jetzt seit 2010 für das Porsche Zentrum Hamburg Nordwest tätig. Ich mache das seit vielen Jahren. Ich habe viele neue Kunden, aber auch viele Kunden, die das zweite, dritte, vierte oder fünfte Auto kaufen und das ist natürlich eine Sache, die einem immer wieder fröhlich stimmt, wenn der Kunde das nächste Mal am Schreibtisch sitzt. Also ich bin der Meinung, man kann mehr als ein Porsche in der Garage haben und ich bin auch froh, wenn ich alle mal bewegen darf. Mein erster Porsche war ein 911 Carrera Coupé, 88er Baujahr mit großer Heckflosse in Indisch-Roth. Jahrelang der HSV, aber in den letzten Monaten ist es echt schwer, HSV-Fan zu sein. Also ich freue mich auf, wenn St. Pauli oben mitspielt, aber eigentlich mehr HSV.